ARD Text im Auftrag von Funk Hast du ein Problem damit, dich auszuziehen? Wie? Jetzt? Hast du ein Problem, nackt mit einem Affen zu tanzen und es wäre viel Körperkontakt dabei? Eventuell auch sexuelle Handlungen? Na mein Schatz, ich bin schon wieder da. Hey, Hase! Ich meine, es ist doch eine super Rolle für eine junge, talentierte Schauspielerin. Ja, aber du bist ein großer hässlicher Typ. Ich habe im Theater schon tausendmal eine Frau gespielt, kapiert? Du willst doch da nicht als Frau hingehen. Wann ist das eine Wolle? Hallo. Scheiße, scheiße. Hallo? Haben Sie mal Feuer? Tut mir leid, nein? Du, mich hat gerade der Führer angemacht. Ich bin dabei. Du und Sarah Forst, ihr seid jetzt das Hauptbar. Darf ich vorstellen? Das ist Alexandra Honk. Also ich vertrete ihn. Sie? Action! Stell dir einfach so eine richtig schöne Männerbrust vor. Runter mit den Klamotten, Süßi. Ich bin sehr kitzelig. Ich bin so froh, dass wir uns angefreundet haben. Das ist eine Rose. Ich bin so froh, dass wir uns nicht zeigen. Ich bin so froh, dass wir uns nicht verkleidet haben. Ich bin so froh, dass wir uns nicht verkleidet haben. Das wäre der perfekte Moment. Mond, Sterne, hemmungsloser Sex. Ja, schade. Alex, du hast überhaupt keine Ahnung von Frauen. Hab ich wollen. Wo ist zum Beispiel der G-Punkt? Oben. Du hast deine Rose vergessen. Die war letztes Jahr Platz 17 bei den Sexiest Woman Alive. Mann, ihr reduziert die Frau komplett auf ihren Körper. Ja? Ja. Die machen allerdings nicht mehr. Und wie ihr seid. Und wie ihr seid. Drei. Lasst du so zu tun. Drei. Drei. Vielen Dank.